einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem neuen angezeugt auf dem kanal afk das furchtbar kommentiert ich bin der alex und wir spielen heute die demo von tiny toa das ist wohl ein deutsches spiel so wie ich das jetzt im hat man es gerade gesehen ist wohl von der deutschen regierung auch gefördert worden das ist ein 2d jump and run so in klassischer form ich habe mal ganz kurz rein geguckt nachdem er auch kommt machst du mal da draußen angezockt spielen wir mal die demo durch wann das spiel an sich rauskommt ist laut steam noch nicht bekannt dann lassen wir uns einfach überraschen ich würde sagen wir legen einfach gleich mal los und da ist er schon ja willkommen zur demo das ist tors geburtstag und wir hoffen wir haben eine schöne zeit und die quest die wir machen sind auch hervorragend dann gucken wir doch mal also was kann man denn machen wir können hüpfen also man sieht schon gleich das ist es ist ein jump and run side scroller die grafik gefällt mir eigentlich ganz gut schon jetzt zu uns sagen finde ich persönlich ansprechend ok das war jetzt auf gut glück was ist das keine ahnung auf jeden fall meine farbe geändert das ist doch schon mal positiv so und das nächste die nehmen wir natürlich mit wir sind wir sind rubinengeil natürlich was auch sonst huch ahja speicherpunkt oder checkpoint oder so kann ich jetzt einfach runter rutschen ja das macht er auch äh moment mal aha heißt es die kleine weiße maus ist immer so ein zeichen dass es da irgendwo ein geheimnis gibt huch hoppala hallo na öfter hier ok schwierigkeit ist gerade mein niveau ich bin nämlich überhaupt nicht gut in sowas das gefällt mir ganz gut ich komme zurecht ich hätte jetzt aber schon gerne mal ganz oben geguckt was da oben jetzt war da werde ich wahrscheinlich nicht mehr hinkommen oder hola unten laufen wieder weiße mäuse oh ok jetzt können wir auch mal gucken ob es ein geheimnis gibt oder seid ihr zwei nur show wollt ihr mich da hier verwirren also gut dann gehen wir mal weiter und wer bist du und wer bist du aha ok natürlich ein großes geschenk was auch immer ja wünscht mir das beste ja 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 was machst du wuff wuff wo ist denn papi eddie oh wow du bist ein mächtiger mann mein sohn ja ich kann es kaum glauben dass du schon acht jahre alt bist aha ja komm gib mir mein geschenk natürlich ich bin begeistert das ist mein lieblingshammer ey ey moment was soll das juhu ich hab sie alle so äh willst du noch was ne wir reden nicht mehr ne so ab marsch wir nehmen alles mit juhu wir dürfen jetzt mit nem hammer spielen haha der hammer ist ja immer das geilste der ist ja cool ist da unten ein geheimfach ist da unten ein geheimfach oder was war so gewollt war definitiv so gewollt das ist ja ne das ist ja ne oh nein oh ok er kann den größten hammer schwingen aber schwimmen ist nicht so sein ding so warte mal jetzt müssen wir hier nochmal wie war das jetzt rt lenken und x aber wie kommen wir denn jetzt da hoch von der anderen seite natürlich ich hab keine angst mehr vor euch ein traum guck mal einer an hätte ich doch glatt übersehen nein so bevor wir jetzt dann nach oben gehen schauen wir doch mal nach rechts aha nehmen wir äh ok verstehe ich bin mir nicht so sicher ob das so funktionieren hätte sollen das heißt wenn es jetzt in der richtung in diese richtung ging dann können wir das doch auch in diese richtung machen oder auch nicht wie komm ich denn da an die da unten ran hahaha so komm her ja ich weiß nicht ob es sowas gibt aber ich schmeiß einfach mal hoch blöd gibt's nix na ein traum wir sammeln hier die rubine ein ohne ende kommst du her oh checkpoint ey ey wenn du Boss Loki bist du hundertprozentig Loki oder also da brauchst du schon ein bisschen mehr um mir hier Angst zu machen mein Freund mein Freund mein Freund der bist du achso wir haben dich gerettet ja ja natürlich sind wir der stärkste Junge im Kaff du bist definitiv du verarschst mich doch oder? mhm Moment ist die achso mhm ich trau dir ja nicht ah stopp ich hab noch was gesehen und wenn und wenn da runter und wenn da runter mhm so 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 das 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 habe ich gesehen da oben ach so Moment mach mal so so mach mal so einer war noch da ne das war mehr Glück als Verstand was ist das im Moment ich ich wollte ich wollte eigentlich noch nach rechts gucken so so was seid ihr jetzt für böse Buben so ne schnell ne schnell schnecke da haben wir jetzt ja der Brille Moment wie komme ich denn da jetzt wieder rein vor allem komme ich da nicht mehr hoch aha du 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 na also auf auf Rubinen sammeln und hässliche Schlangen wegmachen schick point ich habe jetzt ich habe jetzt gerade keine Zeit für euch ne what ok wie kriegen wir denn die kleinen ach so habe ich kein herz dann alles klärchen da müssen wir es so machen ihr alten Schleimis ey ihr alten Schleimis ey hüpf 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 hast du dir so gedacht ähm kann ich auch so machen ne warum sind lauter solche Schneckis ich habe noch keine Ahnung wie ich die Schneckis da klein krieg ach fuck ja warte mal ist da vielleicht ein Geheimgang nö schnäckis 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 ach Mist ist mir jetzt egal ich will wissen was hinten ist große große Nein! Naja Oh, oh Entschuldigung So, also komm her Ne Ne, musst du jetzt da hinten rumlungern? Ich dachte vielleicht, dass wir so die Schnickies klein kriegen und nix da nix hüpfen Das, 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 das Nein Nein Nein, 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 nein Safe Point Warte mal, kommen wir da hoch? Nein, 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 uff Ich dachte schon Moment, will ich da hoch? Äh, will ich da runter oder will ich da hoch? Ich glaub da hoch komm ich nicht, oder? Oder ich bin so dämlich grad Ach Gott Millimeterarbeit Uiuiui Oh, was seh ich denn da? Hol ich ihn mal gleich Da hamste doch noch glatt so ein Rubin versteckt Diese Lümmel Ja Müssen wir trotzdem noch mal Ganz Also dieser Sprung, ne? So, alles rein, alles rein, alles in den Hammer rein So, was machen wir jetzt mit euch? Äh, wieso komm ich ja da? Na, was ist los? Na, 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 na Nein Äh, stopp! Bleib bleib Eigentlich wollte ich auch noch links gucken Naja Ähm Will ich doch mal was gucken noch Ihr alten Schleimis Ihr alten Schleimis Ja, Pech gehabt So, wie komm ich denn da hoch? Mal so ganz blöd gefragt Ähm 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 Wie komm ich denn da hoch? Und jetzt noch ein paar Mal. Achso, wartet mal. Ja, ja, okay, alles klar. Ja, da muss Maus mal kommen. Swing! Dadab dadab dadada! Haben wir alle gesammelt? Wow, ach nö. Ich hab auch alle drei! Ich bin begeistert. Broken Bridge? Wie viel Level gibt's denn da? Ich dachte, die Demo wäre schon längst vorbei. Oh, ja, da bin ich... Oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt geht das Versagen los, ich sag's euch jetzt schon. Nein, falsche Knopf! Wie kann man nur so doof sein? Kennt ihr das? Wenn ihr in dem Moment was gedrückt habt, merkt... Das war falsch. Na, seid ihr jetzt was, Herr Schnecken? So, mal richtig Knopf drücken, wenn's geht. Ich kann da einfach durchwerfen. Ach, ja, stimmt. Warum auch leicht machen, wenn's kompliziert geht. Oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Es tut mir leid, es geht jetzt los. Jo! Ähm. Hab's mir doch fast gedacht. Ihr Schlawiner. Da oben ist er versteckt. Oh, wo sind wir denn hier? Schleimi, geh weg. Schleimi, geh weg. Schleimi, weg. Ich hab keine Ahnung. Wow! Wie schnell seid ihr denn? Aber wir haben ja den ganzen Kleiderandatsch eingesumpt. Jetzt können wir hier ganz normal... Diese kleinen Drecksschnecken. Ihr habt doch... Also... Eui, eui, eui. So. Warum ist da unten ein Ding? Deswegen. Krass. Coole Sache. Oh, ja, stimmt. Ich darf nicht nach unten drücken. Ähm. Ha. Oh, das ist schön gemacht. Das ist schön gemacht. Das gefällt mir. Okay. Oh, das ist schön gemacht. Was? Oh, Moment. Moment. Oh, nö. Ihr seid Schweine. Ihr seid... Oh, nö. Ich weiß... War da ein Savepoint? Ich probiere es. Komm. Ich habe da so einen Verdacht. Ich habe da so einen ganz üblen Verdacht. Ich meine... Wäre schon ein geiles Versteck. Nee, Schleimi. Ich habe keine Zeit für euch. Geht weg. Hui. So. Da oben ist noch ein Rubin, oder? Ja. Hier. 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 Dachte es mir doch. Ah. Zack. 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 Wo kommst du denn her? Ich habe hier gar nicht gesehen. Okay. Du bist jetzt der Superbillz. Der Super, Superbillz. Euiuiui. What? Okay. Moment. Mach mal langsam hier. Ich muss es erst mal. Ich bin alt. Nein. So. Danke. Oh mein Gott. Hahaha. So. Was haben wir denn hier? Hätte ich was machen sollen? Warum ändert sich denn eigentlich die Musik jetzt von alles knorke und lustig zu reiß dir das Herz raus? Oh. Was bist du für einer? Geweckt. Äh. Was? Was spielen wir denn jetzt? Detrice? Ich hau dir auf die Murmel. Oh. Moment mal. Oh. Jetzt fängst du an mit dem Springen an. So haben wir nicht. Boah. Moment. Moment mein Freund. Du musst mir dann auch schon sagen, was du da vorhast. Was? Okay. Ach du Drecksack. Kleines Miststück Eklig, eklig Ich bin tot Ach, ich kann ja auch nach oben, ne? Ja, 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 ja Jetzt geht das wieder los Ich scheitere damit begegne Ich muss aufhören jetzt Ja Komm her Nix da, mein Freund, nix da Oh, macht Spaß Ich befürchte aber, meine lieben Freunde Vor den Fernempfängern Das wird's gewesen sein mit der Demo Ich hab'n Double Jump, natürlich Jetzt, wenn's Spaß macht, ne? Darf ich noch weitermachen? Komm, ich darf noch weitermachen Ein Level geht noch, oder? Eins geht noch Eins, eins geht noch Komm, ich tapp mich Ich muss so tapfer Die ganzen Kristallinen Da einsammeln Ein Level geht noch Eins mit Double Jump Ihr seid gemein Wisst ihr, dann krieg ich hier Ein Double Jump Und dann kann ich nicht mal Noch diesen Double Jump ausprobieren Naja Hat Spaß gemacht Das hat echt mal wieder Spaß gemacht So ein schönes Oldschool Klassiges 2D Jump and Run zu spielen Ohne Übertriebenes Für Elefants Schön Echt gut Werde ich mir auf die Watchliste knallen Mal gucken Jetzt hab ich vergessen Wann's rauskommt Ich glaub, es gab Ach ja, stimmt Es gab noch keinen Termin Aber ich werd's unter Beobachtung halten So Dann würde ich sagen Unterstützt die Entwickler Schaut euch die Demo an Und Wir hören und sehen uns Beim nächsten Mal Beim nächsten Mal angezockt Let's Play Podcast Was auch immer Kommt bei uns vorbei Schreibt uns Connectet uns Macht euch bemerkbar Wir freuen uns über alles Ich wünsch euch was Schönen Tag Bis dann Ciao, ciao